Prozent im Weg Leipzig Karten den Weg Ogo sie brauchen dringend was zu essen schicken ich will nicht die Population aber auch nicht ausrotten und mit mir irgendwann so weit laufen um neue zu kriegen das ist auch blöd so, den noch weg hier 14 kriegen wir da leider nicht raus an Holz sonst hätten wir einen 64er Stack naja, aber immerhin acht so achte waren das jetzt guck mal, die beiden sehen noch perfekt aus zum Fällen die sehen die lächeln mich jetzt so an da hab ich ne ach, jetzt warte jetzt stehen wir gleich wieder davor ja, hier ist nichts gespawnt puf, stehen wir gleich wieder hier so, sag ich ja der Baum hat mich jetzt so angelächelt und gesagt komm mit, ich friere ne, nehm ich mit, ich friere ganz nett hat er mich angelächelt da konnte ich ihn natürlich nicht einfach hinlassen oder in dem Fall stehen lassen ich bin ja ein herzensguter Mensch natürlich und ich geh auch auf die Bedürfnisse von den Bäumen ein wenn die sagen du, nimm mich mit ich helfe dir beim Hausbau da mach ich das natürlich da will ich nicht wieder sprechen ich bin ja auch nicht zum hier, um über das Schicksal von Bäumen zu entscheiden das sollen sie schön selber machen und wenn der sich anbietet dafür dann will ich nicht im Weg stehen und der sein, der sagt, nö das mach ich ja auch nicht so, ein paar Hölzelein noch ein Setzling einer da der andere da hallo Mr. Hung kennen Sie Mr. Schwert? huch da bin ich jetzt leider ausgerutscht mit dem Finger das wollte ich gar nicht oh je, oh je, oh je da ist noch ein Chicken also wir haben auf jeden Fall noch welche hier eins haben wir auf jeden Fall ich glaube da vorne sind auch noch welche dann hätten wir schon mal zwei so da ist ein Hundi hallo Hundilein da ist eine Kuh wir hauen uns jetzt erstmal ein Chicken in eine Bratpfanne dann geht's uns gleich auch schon viel, viel besser pass auf zack, ab in den Backofen mit dir wie sieht's da aus? da hat sich nichts verändert pass auf, wir nehmen die mal mit hier wenn wir gerade dabei sind können wir die eben anfranzen bevor wir es vergessen so wie immer klop eins, zwei, drei eins, zwei, drei sehr schön haben wir das auch erledigt und dann schauen wir doch mal was wir dann machen so, jetzt kümmern wir uns weiterhin um das liebe kleine Dächlein äh, nein, hier ist falsch nein, wir holen uns erstmal was zu essen geht, dass wir leider nicht reichen denn wir müssen noch irgendein hier müssen wir leider noch tot machen da vorne ist ein Schwein liebes kleines Schwein magst du mir wo was von deinem leckeren, leckeren Fleisch abgeben? ja? finde ich aber nett, dass du ja sagst gut, das wird reichen weil ich hab keinen Bock, irgendwo runterzufallen dann sind wir tot und dann war alles für die Katz und das muss natürlich nicht sein so, lecker drei Schnitzel in eine Pfanne geschmissen was ich komisch finde dass die nicht verbrennen können also ich find's gut, aber eigentlich müssten die ja verbrennen wenn man die zu lange drin lässt also der schmeißt die da einfach rein und ja das Fleisch wird schon runtergehen wenn's fertig ist ein bisschen ein bisschen komisch zack 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 so jetzt bleiben drei übrig wir machen keine Slaps da haben wir erstmal noch genug von ähm hier muss gleich eine Fackel hier oben hin sonst spawnen hier Mobs das wäre nicht so geil so 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 lalalala sehr schön den hier machen wir auf jeden Fall auch noch aber nicht jetzt denn wir müssen jetzt erstmal es geht jetzt erstmal ums wesentliche also hier dass wir erstmal so dieses Areal abgedeckt kriegen vom Dach her so machen wir erstmal nochmal 16 neue Bretter zack 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 m hallo ähm okay bleibt einer übrig sehr schön sehr sehr schön das kommt dann wieder drauf 58 das wird nicht reichen das weiß ich so da muss auch noch weitergebaut werden dann noch das machen wir nicht von hier aber was wir von hier machen ist dieser und dieser hier und wir holen uns jetzt erstmal ein leckeres ähm Kassernackens Stück ein Stück Bratenschweigenfleisch oh lecker 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 okay der eine war jetzt gerade ein bisschen verschwendet denn das war nur eine halbe Futterkeule aber nun gut ist ja egal so wir haben was gemacht direkt da vorne dran gebaut das ganze zack zack ähm werde ich erstmal genauso den gleichen Trick machen wie da drüben erstmal hier mit so ein bisschen normalem Holz das muss natürlich später noch weg denn da soll ja was da für eine Wand hinkommt weiß ich nämlich noch nicht da muss auf jeden Fall eine vernünftige Wand hin ob das jetzt aus normalen Holzstämmen wird oder ob das jetzt aus ähm normalem Holz wird keine Ahnung das weiß ich noch nicht so das Dach da ist nicht ganz so tief glaube ich oder ist doch das noch ein bisschen tiefer das hängt ja zwei hängen zwar weiter runter das können wir aber nur machen und zwar wenn es so weit ist so hier erstmal rüber oh Gott oh Gott nicht runterfallen bitte wohl jetzt wäre es gar nicht so schlimm jetzt und wer wieder vollgefuttert hat so 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 und einmal so oh guck mal wer da ist und klar sieht er uns natürlich auf so ne zwei Kilometer Entfernung vorhin das fand vorhin das fand nicht krass da wo wir auf dem Dach da drüben standen und der uns von da hinten irgendwo gesehen hat und der dann da angerannt kam das fand ich ein bisschen komisch ja ist ja gut was los mein Kleiner will keiner mit dir spielen du ich kann leider nicht mit dir spielen ich bin grad beschäftigt mit dem Hausbau denn das möchte ich heute gerne fertig kriegen unsere kleine Luxusvilla hier oder so ähnlich müssen wir gucken dass wir hier ohne Schaden runterkommen zwei drei nein verdammt nein jetzt ist er weg da holen wir uns gleich wieder zack zack und einmal zack den dahin und dann einmal so und so jetzt rennen wir hier rüber auf unseren schönen kleinen Ausguck hier gehen wir wieder rein die Leiter runter dann gucken wir mal ob wir den guten Herren überzeugen können wegzugehen was ist denn los komm doch mal her komm doch mal her komm doch mal her guck mal jetzt kommen wir hier einfach aus der Tür raus machen wir jetzt nur noch so tschüss bleibt draußen sehr schön und das verrottete Fleisch hier können wir irgendwann den Hundis geben so ich weiß aber dass zwei das Stück Fleisch echt echt klasse ist und deswegen heben wir uns das jetzt mal nochmal auf so hier nehmen wir jetzt nochmal 16 runter so das machen wir nochmal zu Holz so 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 und so einmal nochmal ein paar Stufen gemacht so 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 und so zwei na leider einer fehlt und da kommt wieder der Punkt ich fände echt ich fände es echt geil wenn man aus Slaps wieder Blöcke machen könnte ich fände das wirklich super und ich glaube da bin ich nicht der Einzige das ist glaube ich sowas was sich viele Spieler wünschen würden wenn das äh drin wäre es gibt Mods welcher ist das ähm ich weiß es nicht welcher Mod das ist auf jeden Fall da geht das Ender IO Tinkers Construct ähm irgendwie einer von den beiden äh hat das drinnen dass man dann aus Slaps wieder Blöcke machen kann finde ich voll geil oh was hat der Hund denn ah ich glaube der greift da unten das eine Skelett an warte mal weil der ist so böse der Hund pass mal auf wo ist er hin ja guck mal die Hunde greifen Skelette an die Wölfe oh der zieht jetzt gerade auf uns aua voll auf die Jacke ey die ist gerade neu ja geil die Hundeschnetzel hier die die oh oh guck mal Kampf der Giganten also die mögen es scheinbar nicht wenn die sich gegenseitig hier abschießen dann greifen die sich untereinander an interessant das wusste ich auch noch nicht wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Holz machen wir acht Stück ein bisschen sparen ich muss sparen ich muss sparen ich muss sparen ich muss sparen so das sollte jetzt 37 ich hoffe das reicht ich hoffe da drüben sind 36 die gebraucht werden und da ist einer dann haben wir schon mal 37 gut an den Mann gebracht so machen wir es mal hier oben vorsichtshalber eins zwei drei vier fünf da kommen blocken sechs sieben so sieben ne wird nicht reichen glaube ich nicht aber das werden wir sehen ob das reicht ob das reicht oder nicht zack zack und zack sehr schön immer zwei Stück ne es wird nicht reichen guck mal das sind sieben Stück pro Bahn das sind zweimal wären vierzehn dreimal wäre ein einundzwanzig und viermal sind sogar 28 also uns fehlen nicht viele aber sie fehlen das ist das Problem es fehlen glaube ich fünf Stück am Ende ein, zwei, fünf Stück wie ich es gesagt habe ja uns fehlen jetzt fünf, also sechs Stück also sind es vier Stück kriegt man glaube ich immer ne das heißt wir machen jetzt noch zweimal Stufen und dann haben wir genug so vier sechs Stück brauchen wir so haben wir acht gemacht und dann haben wir genug erstmal ich weiß nicht was doch quatsch wir müssen noch weiter nach unten das heißt wir hätten eigentlich noch mehr machen können aber das können wir gleich noch machen wir haben es ja nicht eilig so drei jetzt schauen wir erstmal wie das von außen aussieht das lasse ich erstmal noch offen hier jetzt gucken wir erstmal so erstmal das wichtigste natürlich boah vier Stück gibt das wieder vier unarbeit und wir kriegen aua von da guck mal noch mehr Knochen oh hier ist was gewachsen noch nicht fertig aber oh nein ich glaube die Skelette haben die Hundis getötet neeein neeein ihr Schweine oder ich glaube die haben wirklich die Hundis kalt gemacht oh und da kommt Besuch ich will natürlich nicht stören lieber Herr Creeper lass mich bitte in Ruhe ja wir müssen noch einen Block tiefer mit der ganzen Materie des Hauses äh des Daches und wir haben genau ein Pfeil im Fenster stecken super und dann würde ich sagen nächste Aufnahme das machen wir jetzt noch fällig und dann nächste Aufnahme gehen wir Sand holen für ein paar Fenster ich wollte auch immer die Tür zu machen dann haben wir jetzt so gute acht neun Folgen mit dem Häuschen verbracht und dann gehen wir ein bisschen Sand holen so was brauchen wir denn wir brauchen eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn vierzehn fünfzehn siebzehn siebzehn achtzehn neunzehn zwanzig einundzwanzig erst mal einundzwanzig da 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 was denn schon wieder Kollege doch geht doch ähm drei 21 Stufen brauchen wir wir haben jetzt noch drei so jetzt kommen noch mal acht dazu sind elf das reicht noch nicht so wir machen jetzt mal so 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 und so was haben wir jetzt 19 reicht immer noch nicht jetzt haben wir 23 das soll ja wohl reichen das ist jetzt aber nur für die reine Strecke also ohne irgendwie special ohne diese Abkantung hier unten das ist jetzt aber schlecht so pass mal auf wir machen das mal anders wir machen mal da ist kein Block wo ist der nächste Baumstamm da so so jetzt machen wir mal ähm hm 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 so machen wir das zack jetzt kommen wir hier drauf so kriegen wir auch hier ganz easy unsere Reihe fertig zack 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 da auch noch und da und jetzt die andere Seite jetzt hier längst noch zack zack den müssen wir gleich einsammeln wieder zack 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 und ich hoffe wir kriegen bald die ersten Brote dass wir uns auf jeden Fall versorgen können und zwar eigenständig ohne irgendwie die Hilfe von Mutter Natur also ohne das leckere leckere Fleisch das wäre schon ganz famos wenn das gehen würde so das wäre das das haben wir geschafft jetzt können wir runterhüpfen ohne Probleme da weiß ich noch nicht wie wir es machen jetzt haben wir noch eine Treppe Treppe übrig eine Treppe Treppe eine Busfahrt die ist schön eine ne eine Schifffahrt die ist schön eine Schiffsfahrt die macht Spaß so das haben wir auch was jetzt noch kommt sind eben das 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 da lassen wir mal erstmal frei nochmal ein bisschen Holz gemacht hier zack 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 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 hier auch nochmal 1 2 3 4 5 das machen wir jetzt noch eben fertig so viel Zeit muss sein und dann kann mich der Zukunftsjohannis Pauke total am Arschlecken dann kann der nämlich hier weitermachen so machen wir das aber das dürft ihr ihm nicht verraten dass ich das gesagt habe sonst wird er nämlich wieder böse schimpft mit mir so dann überlassen wir ihm nämlich so eine halbe Baustelle hier wieder so 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 da lassen wir mal offen für eine Tür oder ne da machen wir auch zu hier lassen wir offen für die Tür so und die bauen wir auch noch eben ein komm was soll es was soll es denn ein bisschen länger diesmal heute aber naja komm ist nicht so schlimm und hier muss ich noch zu machen weil sonst haben wir das da aber äh darum soll sich der Zukunftsjohannis Pauke kümmern also also wie gesagt ihr verratet ihm nicht dass ich das gesagt habe sonst wird er wieder böse ich kenn den ja das machen wir noch sonst dreht er hier völlig durch ich kenn ihn nämlich so wie er ist oh das war meine Axt super sehr schön und dann würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder schaltet beim nächsten Mal schön wieder ein bis dahin macht es gut Ciao